So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, ist heute mal wieder eine Weltpremiere und zwar die ganz neuen Star Wars. Das Erwachen der Macht Booster. Ich habe zwar für euch bei Tops einen riesen Karton bestellt mit Sammelmappe, Multipack, Blizzard, große Dose, kleine Dose. Sie wird aber erst am 20.10. ausgeliefert. Also vor dem könnt ihr mit mir nicht an Unboxing solchen Sachen sehen. Deswegen habe ich mir nur Booster besorgt und zwar drei verschiedene Motive. Motiv Nummer 1, Motiv Nummer 2 und Motiv Nummer 3. Alle anderen sind Doppelte, die ich da liegen habe. Es sind ja wirklich aus jedem Star Wars Film die Movie Cards und natürlich aus den ganz neuen, das Erwachende macht. Und haben wir jetzt schon welche drin haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, die Macht ist mit mir. Wenigstens limitierte Karten oder 3D-Karten. Aber wir schauen mal rein. So sehen sie alle von hinten aus. Immer mit einem kleinen Text. Oder hier ist ein Bild dabei. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt von vorne an. Gleich eine Glitzerkarte. Perfekt. Und ihr wisst ja, wenn ihr die Karten länger genießen wollt, auch hier gilt es, immer wieder auf Pause drücken. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video verlinken. Aber jetzt genießen wir die neuen Star Wars Karten. Ne, da war noch keine dabei. Tütchen Nummer 2 oder Booster Nummer 2. Ihr könnt mir, oh, eine blaue, das ist eine limitierte oder eine seltene Karte. Ihr könnt mir natürlich gerne posten, ob ihr die auch sammelt, ob ihr die schon habt und, und, und. Und, und dann noch Yoda. Das ist die Nummer 195. Ich muss sagen, es sind wirklich ein paar schöne Motive bei. Aber noch keine aus den neuen. Es gibt insgesamt über 200 Sammelkarten. Also werden viele Unboxing von mir hier zu sehen sein. Das ist der Klassiker. Den kennt jeder. Ich finde zum Beispiel bei den Karten die Farbe Rot ringsherum nicht schön. Was ihr davon haltet, ihr wisst ja, gerne posten, posten, posten. Die passt irgendwie nicht zu allen Motiven. Also machen wir heute noch ein Booster auf, sonst wäre das Video zu lang und mein Akku, das blinkt, wird jetzt gleich auch zu Ende sein. Aber wie ihr seht, werde ich weitere Booster öffnen. Und wenn ihr sie euch auch schon bestellen wollt, unter dem Video werde ich sie natürlich verlinken. Wo? Und wieder eine Glitzerkarte. Ich bin dein Vater. Also, das ist das letzte Motiv. Ich hoffe, ich konnte euch Appetit auf die neue Star Wars Booster-Reihe zeigen. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Guckt hin und schaut, wie immer, bis demnächst.